Wir wollen den Sound hören von dieser 4-7-4-8, und wir wollen den MIRAS-3. Die MIRAS-3 hat die Meilen nicht gerade erklären müssen. Hier in der Schweiz, wo unsere Armee flogen ist. Fehlt noch etwas. Die MIRAS-3 hat eine Spannweite von 8,22 Meter. Es hat immer noch ein Startgewicht bei 9,5 bis 12,5 Tonnen, das die MIRAS-3 hat. Nein!